Spiegel hat eine Biografie herausgebracht, deren große Stärke ihre Schlichtheit ist. Dort erzählt er, wie er in einem Verlies lernte, auf die anderen Kinder zuzugehen. Ein Kommunikationstalent, aus Todesangst geboren. Mutter und Sohn überleben dank einer christlichen Bauernfamilie. Bei der Befreiung spricht der Junge Französisch. Die Mutter träumt von Amerika. Der Vater aber will zurück nach Warendorf. Ein Horror für den Jungen. Die Deutschen sind für ihn Riesen, die mit Stiefeln knallen. Sie gehen trotzdem. Und ein anrührendes Bild von 1962 zeigt Hugo Spiegel stolz mit Schützenhut und Königskette. Der erste jüdische Schützenkönig des Münsterlands.